So, was haben wir denn jetzt hier? Was? Bisschen wir doch erst mal hin. Bisschen wir vom Bein oder was? Nein, Mario. Oh ne, wo du sie riechst nach Knoblauch. Na, warte. Na, warte. Auf die Watch Dogs, es wird geil. Drum vier. War das der schon? Auf Arbeit zu gehen? Jetzt? Nein. Man hört uns kaum. Dick Maid, heißt Dicker Maid. Es ist aber auch ein Kosename. Dick heißt nicht, dass du dick bist. Ne, so wie du schon sagst, Kosename. Ja. Also ich sag auch zu meinem liebsten Dicker. Sorry. Du hast Arbeit gesucht. Ja. Ich denk, du würdest ein Weltstar werden. Ja. Aber... Na ja, das ist so, ne? Mensch, der kann ja noch besser singen, wie ich. Ja, das ist die Jugend. Das ist die Jugend von heute. Also, da ist ne Nummer bekloppt wie wir. Da soll noch mal einer zu mir sagen, ich blamier mich. Ich sag doch, kaum ist Mike da, die Zuschauerzeit steigt. Die lieben dich. Ja, natürlich. Petra haut ja sowieso klasse ab. Ja. Was soll ich denn hier? Die ist schon über ne Stunde sitzen hier. Ja, ich hab mich nur verzettelt meinem Song. Hier ist ne komische Energie drin. Ich seh hier immer irgendwas lauten. Ach, alles gut. Jeder ist ein Künstler hier unten. Wieso nicht? Erstmal auch mal was anderes. Jetzt geht die Party los. Und ab geht die Party. Eins, zwei, drei. Wop! Ich finde immer, egal wie was. Leute haben Spaß und Respekt davon. Ich liebe Mike, ja. Und da ist bestimmt eine Lady jetzt. Hohlpunkt. Ja. Die haben Mut. Warum sollen sie es nicht machen? Warum, warum? Soll die Gesellschaft andere Menschen was vorschreiben, was sie machen sollen oder nicht? Wenn man Spaß haben will. Wenn man Spaß haben will. Ich mein, die Leute, die das machen, das haben keinen Spaß. Das Ding hat 160.000 aufgeführt. Von 2013. Ja, warum nicht? Ich finde alles gut. Eins, zwei, drei. Polizei. Ne? Richtig, Miss Bubert. Genau. Ich finde viel Fakasse. Ja. Macht auch nichts. Gar nichts. Meike ist nämlich ne Frau. Ja. Das ist verraten. Aber niemand weiter. Aber. Ne? Es ist nämlich hier alles ein bisschen verkehrt. Ja, ja. Aber ich rechne noch nicht rein. Das Leben geht nicht darum, nur Spaß zu haben. Wenn du ein alter Opa bist. Dann sitzt du in deinem Schaukelstuhl und denkst du über dein Leben nach. Und dann denkst du auch darüber nach, was hättest du anders machen können. Warum nicht Spaß haben? Gar nicht drüber nachdenken. Na ja. Also ich denk über nichts mehr nach. Ich denk über nichts mehr nach.